So, es müsste noch passen, also hier geht es weiter. Wie würde ich euch vorschlagen, wie ihr vorgehen sollt? Laut überlegen, welche Ursachen die Beschwerden haben können. Das heißt, da haben viele ein Problem mit. Wir würden also jetzt nochmal zurückspringen und sagen, okay, ihr habt euer Anamnese, halt falsch, eins zu weit, ihr habt euer Anamneserätsel bekommen. Ein Patient wie ich, Symptome kurzatmig, kommt schnell an seine Leistungsgrenzen. So, jetzt überlegt ihr laut, welche Ursachen das haben könnte. Und hier ist es jetzt wichtig eben, und da beziehen sich die immer drauf mit dieser Struktur, dass ihr jetzt nicht anfangt und, was weiß ich, eine Ursache im Bauchraum sucht und dann im Kopf und dann an den Füßen und dann, was weiß ich, im Herzen, sondern dass ihr quasi entweder jetzt von oben strukturiert nach unten durchgeht, was meiner Meinung nach für jeden am nachvollziehbarsten ist. Wenn du von unten nach oben gehst, hey, whatever, wegen mir. Wenn du von hinten nach vorne, auch cool. Aber es muss für den Gegenüber nachvollziehbar sein. Das heißt, ich würde jetzt in dem Fall anfangen, sagen, okay, Kopf, was haben wir im Kopf alles? Wir haben im Kopf die Hirnhäute, wir haben den Liquor, wir haben, was weiß ich, die Schädelplatte, wir haben den Knochen natürlich. Könnte das irgendwas, irgendein Problem bestehen, das zu dieser Symptomatik führt? Also als Beispiel eine Meningitis, Encephalitis. Würde primär wahrscheinlich Kopfschmerzen machen, der Patient würde über Fieber klagen, hohe Temperatur, wäre schwer krank. Das stand jetzt hier nicht im Vordergrund. Also ist das wahrscheinlich jetzt nicht das primäre Problem. Lungenproblem, oh ja, kurzatmig hat er gesagt, Lungenproblem könnte sein in Form von, was fällt uns da ein? COPD, Pneumotorax vielleicht in der Hinsicht, Spontanpneumotorax. Gut, haben wir eher gesagt, sind eher große, schlanke Menschen. Das bin ich jetzt nicht. Also der Spontanpneumotorax, möglich, aber eher unwahrscheinlich. Was finden wir noch? COPD, da könnte man dann zum Beispiel mal checken, ob er raucht oder nicht. Weil wie gesagt, wir müssten uns vorstellen, jetzt die Zeit steht still. Der Patient hat seine Symptome geklagt und jetzt halten wir die Zeit an. Und jetzt sind wir in der Lage, uns zu überlegen, was die Ursachen sein können. Und das machen wir laut. Und wie gesagt, überlegt euch mal, ob ihr bis jetzt in der Lage wart, meinem Gedankengang Folge zu leisten, was ich alles als mögliche Ursache für diese Symptomatik zugrunde legen würde. Da könnte dann auch genauer das gehen. Wie gesagt, das sind jetzt nur ein paar Vorschläge. Die Liste kannst du noch sehr stark vergrößern. Also was weiß ich, mit Hormonen, Schilddrüse und so weiter. Und man fragt, ja, Hyperthyreose, das wäre jetzt eher so rastlos und unbestellend. Das wäre eher so hibbelig. Das ist ja genau das Gegenteil. Also eine Hypothyreose, im weiteren Verlauf, könnte vielleicht. Wären aber auch noch andere Symptome halt eben dabei. Aber atemlos, Leistungsknick, ja, könnte man schon mal so in die Richtung nehmen. Habe ich jetzt da noch gar nicht drauf. Also würde eben zum Beispiel zwischen Kopf und Lunge liegen, als Organstruktur. Dann hätte man natürlich ein Herzproblem, logisch in irgendeiner Form. Dann haben wir ein Leberproblem, das sowas zum Beispiel machen könnte. Eben Stoffwechselprobleme, Diabetes zum Beispiel, Hypoglykämie, also eine Unterzuckerproblematik oder eine Hyperglykämie, sowas in die Richtung. Dass er eben hier ein diabetisches Problem, er ist übergewichtig, er ist, naja, 47 Jahre alt, Diabetes Typ 2, sowas wäre möglich. Und ihr könnt eure Verdachtsdiagnosen auch direkt kommentieren und eben so ein bisschen auch abwägen, wo man sagt, ja, wie wahrscheinlich, eher nicht, welche Symptome. Und ihr könnt so geil dann auch darüber überlegen. Und der Gegenüber versteht zu 100 Prozent, wo ihr gerade steckt. Also dass ihr zum Beispiel sagt, naja, wenn er dann Diabetes hätte, Typ 2, müssen wir mal gucken, vielleicht mal Urinsticks machen, Blutzucker auf alle Fälle, weil vorher ist es im Blut messbar. Dann könnte man eben noch Fragen nach, was weiß ich, könnte man Teste machen mit dem Pinsel, Sensibilitätsausfälle, hat er die schon, hat er die noch nicht und, 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 und. Und so könntet ihr hier langsam nach und nach eure Verdachtsdiagnoseliste immer weiter aufbauen. Jetzt kommt immer der Punkt und wie gesagt, immer daran denken, die Zeit steht still. Denn jetzt kommt der Punkt, der immer am wichtigsten ist. Und das ist ja auch so und das steht auch überall und da bin ich dabei. Wir müssen nämlich einen Notfall ausschließen. Und jetzt kommt immer der Punkt, wo du sagst, ja, deswegen muss ich ja die ganzen Fragen stellen. Dann sage ich immer, aber überleg doch mal, bis du deine ganzen Fragen gestellt hast, ist 20 Minuten vergangen und du hast wie jetzt damit einen Notfall ausgeschlossen. Wir erinnern uns nochmal an die Fragen. Bin ich verheiratet, ist es ein Notfall? Bin ich nicht verheiratet, ist kein Notfall? Hä? Habe ich Kinder? Ist es ein Notfall? Habe ich keine? Ist es kein Notfall? Bin ich von Beruf, keine Ahnung, Büro, also Drehstuhl-Ranger, dann ist es ein Notfall. Bin ich Bauarbeiter, ist es kein Notfall? Das hilft mir doch keinen Millimeter weiter, ob es sich um einen Notfall handelt oder nicht. Und dann wird immer gerne gesagt, ja, das würde ich ja sehen. Wenn ihr da sitzt, dann sehe ich das ja. Puh, da bin ich mir nicht so sicher. Wenn es mir gerade nicht so gut geht und ich leite zum Beispiel unter Herzrhythmusstörungen oder ich habe zum Beispiel einen leichten Apoplex und habe jetzt eben diese massiven Kopfschmerzen, dann glaube ich nicht, dass du mir an der Nasenspitze ansiehst, ob ich jetzt einen Notfall habe, vor mir sitzen habe oder nicht. Sondern du glaubst das halt abschätzen zu können, aber den Beweis dafür hast du nicht. Und es gibt halt eben eine Möglichkeit, diesen Notfall sehr klar auszuschließen. Und da haben wir glaube ich sogar schon mal drüber gesprochen. Da gibt es nur eine Möglichkeit. Ich muss was machen. Ich muss etwas tun. Kurze Gedankenpause. Dürft ihr kurz mal nachdenken, was das wäre. Oder ihr stoppt am besten das Video. Ja, was muss ich denn tun? Blutdruck und Puls. Schockindex. Nur so bin ich in der Lage, diesen Notfall auszuschließen. Wenn der mir natürlich aus dem Stuhl kippt und einen epileptischen Anfall hat, ja, da brauche ich jetzt auch keinen Puls und Blutdruck mehr messen. Aber wenn der da sitzt und ich das eben nicht weiß und er eben kurz vor einer Schockproblematik sitzt, weil er eben Apoplex, keine Ahnung, Herzinfarkt, Lungenembolie, whatever hat, dann ist das für mich der absolut sicherste Hinweis. Schockindex, Schockindex 1 oder kleiner 1. Wer jetzt nicht weiß, was damit gemeint ist, ich weiß, dass ich das schon mal in einem Video drin hatte, müsste halt später nochmal nachgucken. Ja, so, also was mache ich? Ich messe Blutdruck und Puls. Das machen wir jetzt. Und dann werdet ihr auch einen Wert kriegen. Und jetzt müsst ihr diese Werte, die ihr bekommt, halt sinnvoll, und zwar, das ist ganz wichtig, das müsste man rot, blinkend, unterstreichend darstellen, sinnvoll interpretieren. Das bedeutet, 145, 60. Wenn ich das dann immer hinschreibe, dann wird sehr häufig in den Klassen so, ja, der ist aber schon hoch, ne? Hm, ja, 100, alles schon. Dann sage ich immer, ja, was wäre denn so, und dann kommen die immer so mit, ja, 120 zu 60 wäre super. Also der 60, der ist perfekt. Leute, das geht so nicht. Ihr müsst mich mal angucken. Wenn ich 120 zu 60 hätte, das würde mich wundern. Dafür bin ich zu fett. Ich bin ein Kerl, ich bin ein Mann, ich bin 47 Jahre alt, ich bin fett. Ich bin nicht sehr sportlich. Also ich spiele halt Golf. Ich habe im 100 Jahren, wenn ich einen Blutdruck von 120, dann würde ich mir Sorgen machen. Das passt nicht. Deswegen muss man jetzt diesen Wert vernünftig interpretieren. Einen Schock habe ich nicht. Schockindex liegt unter 1. Also heißt, meinen Notfall habe ich jetzt quasi schon zu 99% ausgeschlossen. Coole Sache. Und das habe ich bewiesen über diese Messung. Also da muss ich jetzt keine Fabulationen machen oder irgendwelche, ja, aber wenn und dann könnte und dann würde, sondern Fakt ist, 90 geteilt durch 145 ist weit weniger wie 1. Und somit ist der Patient von einem Schock sehr weit entfernt. So, jetzt muss ich mir halt diesen Blutdruckwert mal anschauen. 145 ist systolisch. Bei mir nachvollziehbar. Habe ich jetzt nicht. Aber wäre nachvollziehbar. Ich bin übergewichtig, ich bin ein bisschen hektischer, ich bin nicht unbedingt der ruhige Typ und ich bin nicht sportlich. Dass der zu hoch ist, da brauchen wir nicht drüber reden. Der müsste man konservativ behandeln. Aber es ist nichts Hochdramatisches. Für mich nachvollziehbar. Und ich bin mir sicher, ein paar von euch sitzen jetzt hinter dem Monitor und gucken mir zu, sind ganz schlanke, bildhübsche Mädels, so wie ihr alle bildhübsche Mädels seid. Oder auch die Jungs, sportlich schlanke junge Typen. Und für euch wäre der viel zu hoch. Da müsste man sich jetzt überlegen, was ist da bei euch falsch? 145 dürftet ihr normal nicht haben. Bei mir sieht das andersrum aus. Bei mir sind die 60 das Problem. Warum ist der Diastolische zu niedrig? Das passt nicht. Der müsste für diesen Systolischen höher sein. Und für mich, Übergewicht, Unsport, natürlich auch. Also das ist doch jetzt das Problem. Und das muss mir doch jetzt ins Auge springen. Deswegen so wichtig, diese Werte sinnvoll auf den Patienten bezogen zu interpretieren. Deswegen auch in meinen Unterrichten. Ich hasse immer dieses, ja der Standard Blutdruck sind 120 zu 60 oder was da auch immer drin steht. Das ist Bullshit. Ihr müsst das auf den Patienten beziehen. Für mich wäre ein normaler Blutdruck 145 zu 70 oder zu 75, fliegen mir zu 80. Das wäre nachvollziehbar. Da müsste man sagen, ja, ist halt dick, ist übergewichtig, macht wenig Sport, passt. Dass das nicht gesund oder gut ist. Das ist eine andere Geschichte. Dann kommt der Puls dazu. 90. Der ist hoch. Ja, also wie viel sollte normaler Puls sein? Da kommt dann immer als Antwort, ja um die 60. Das ist zu niedrig. 60. 60. Wenn jemand 60er Puls hat, dann ist er entweder absolut hager und hat einen Blutdruck, der sowas im Keller ist. Oder er ist super Sportler. Aber so ein Standard 0815 Dödel, der auf der Straße rumläuft, der hat keinen 60er Puls. Das ist auffällig. Die haben so 70. Das ist ganz normal. Um die 70. Wegen mir mal, wenn der Tiefen entspannt ist, 65. Wenn er ein bisschen aufgeregt ist, 75. Aber nie Standard 60 jeden Tag. Das ist zu niedrig. 90 in dem Fall zu hoch. Heißt aber, also das ist das, was uns jetzt nicht passt. Und jetzt muss man halt eben weitergehen und sich überlegen, wie kann ich mit diesen Werten und meinen Verdachtsdiagnosen, wie kann ich da was zusammenbauen. Das heißt, wenn ich jetzt was frage, denn jetzt machen Fragen Sinn, wenn ich überhaupt welche brauche. Denn jetzt muss ich mir überlegen, okay, wie kann ich jetzt durch gezieltes Vorgehen, ich muss ein bisschen weggehen, gezieltes Vorgehen, meine Verdachtsdiagnosen ausschließen. Wie kann ich jetzt hingehen und sagen, wo hat er das Problem, was wird da passiert sein? Wie kann ich jetzt weiter vorgehen? Und muss mir das halt überlegen. Und jetzt, wenn wir den Wert nochmal angucken, heißt Blutdruck 145 zu 60, dann fällt mir eben auf, 145, das glaube ich ihm, 60 wäre mir zu niedrig. Der Puls ist mir auch zu hoch. Was könnte jetzt dahinter stecken? Wieso säuft mir der diastolische Blutdruck so brutal ab? Und jetzt gibt es eine Option, ich muss nochmal kurz aufs Mikro gucken, nicht, dass das jetzt ausgeht und mir der Ton wegfällt. Das wird jetzt gleich passieren. Da muss ich es nochmal laden, dann müssen wir es nochmal machen. Heißt, warum haut mir dieser 60er so brutal ab? Es gibt eigentlich nur zwei große Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, ich blute irgendwo hin, also entweder in die Umgebung hinaus oder in mein Inneres, in meinen Körper hinein. Das wäre jetzt wieder der Notfall. Selbst wenn ich jetzt nicht nach außen blute, weil das würde man ja sehen, wenn ich jetzt eine ganz massive Blutung hätte. Aber wenn ich in mein Körper Inneres blute, also sprich da irgendwie, was weiß ich, eine massive Ösophagosvarizenblutung hätte oder oder oder, dann wäre mein Schockindex anders. Dann würde nämlich auch der systolische Blutdruck absaufen, weil nämlich der Körper auch nicht mehr in der Lage wäre, diese Systole so hoch zu pumpen. Und dann würde ich in den Bereich der Schocks gehen, was ja realistisch wäre, weil wir ja dann auch einen Notfall hätten. Das ist aber nicht der Fall. Der systolische Druck ist hoch. Also gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit. Das heißt, der Druck haut mir irgendwo hin ab. Und das kann eigentlich nur rückwärts passieren, Richtung Herzen. Also wäre die logische Schlussfolgerung vermutlich eine Aortenklappeninsuffizienz. Wer jetzt da nicht ganz mitkommt, ihr müsst euch dann halt die Herzvideos mal angucken. Das ist wie gesagt, wir machen ja, das ist ja mündliche Prüfung. Also das sollte ja dann ganz final am Ende passieren. Da sollte das dann alles so ein bisschen bekannt sein. Okay, also Aortenklappeninsuffizienz. Und jetzt kann ich ja weitergehen und entsprechend gezielt vorgehen. Heißt, Aortenklappeninsuffizienz. Nachdenken wäre also ein diastolisches Geräusch, ein Diastolikum zu hören über dem zweiten Interkostalraum parasternal rechts. Das heißt, die weitere Vorgehen wäre jetzt zum Beispiel, ich würde dem Patienten das Herz abhören. Und ich bin eben auf dem Weg zu sagen, Aortenklappeninsuffizienz wäre ja problematisch. Das müsste ich abhören. Da würde ich ein Diastolikum hören. Das würde sich im Stethoskop nach dem zweiten Herzton, also ein Uppoksch, Uppoksch. Kammeranspannungston, Systole, Klappe geht auf, kein Problem. Diastole, jetzt kommt der Kammerschlusston, das ist das Pock, der lautere, das lautere Geräusch. Und jetzt würde das Blut in den rechten Vorhof, in den, Entschuldigung, in den linken Vorhof zurückrauschen. Blödsinn. Noch mal ganz ruhig. In die linke Kammer zurückrauschen, durch die Aortenklappe. Und jetzt wäre ein diastolisches Geräusch zu hören, ein Diastolikum. Das ist genau das, was jetzt passieren würde. Das würde ich bei der Auskultation erwarten. So, jetzt kommt es ein bisschen darauf an, wie die Prüfer drauf sind. Wenn einer cool ist, zieht er sich schnell aus, sagt er, jawohl, hören Sie mal ab. Habe ich das auch schon geprüft. Wenn er sagt, nee, will hier keiner, dann würden die zum Beispiel hingehen und sagen, ja, das hören Sie. So, dann haben wir unsere Aortenklappeninsuffizienz mehr oder weniger nicht bewiesen, aber wir sind auf dem richtigen Weg. Und jetzt müsst ihr, und das ist das Entscheidende, weitergehen. Damit ist es noch nicht getan. Denn jetzt geht es zum Beispiel um die Schwere und den Verlauf, wenn es möglich ist. Das heißt, die nächste logische Geschichte wäre, wenn ich jetzt diesen Stau in der linken Kammer habe, staut sich das in den linken Vorhof und in den Lungenkreislauf zurück. Und somit würde der Patient über den erhöhten Lungendruck ein Lungenödem kriegen, was dann seine Kurzatmigkeit erklären würde. Aha! Also sprich, die Leistungslosigkeit ist durch das Herzproblem geschaltet, gleichzeitig durch das Lungenödem, das eben seine Atmung einschränkt. Also was muss ich machen? Eine Lungenperkussion. Dieses Video schulde ich euch noch, das weiß ich. Ich habe es auch schon vorbereitet, kommt noch. Und daran könnte ich jetzt feststellen, ob die Lungengrenzen nach oben verschoben sind. Und je weiter das Lungenödem gestiegen ist, umso akuter ist natürlich die Geschichte. Das heißt also, wenn das schon recht fortgeschritten ist, dann müsste ich hier vielleicht sogar auch nochmal überlegen und sagen, wow, 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 da würde ich sie eigentlich direkt gerne zum Doc oder ins Krankenhaus schicken, weil das ist mir eigentlich schon zu heiß, die ganze Geschichte. Oder wir stellen eben zum Beispiel fest, der Patient hat noch kein Lungenödem und stellen dann fest, ja, dann ist das ja gar nicht so hochdramatisch. Dann muss er natürlich was tun, keine Frage, aber wir sind noch weit von Notfall- oder Notfallproblematiken entfernt. Ich muss nur nochmal gucken, wie wir tun. So, und jetzt wird es entscheidend sein, wie gesagt, das ist jetzt alles wahnsinnig abgekürzt. Du kannst das noch irre ausbauen. Jetzt habe ich aber festgestellt, okay, er hat noch kein Lungenödem, der Aortenklappeninsuffizienz ist aber sehr wahrscheinlich durch eben diese Auskultationsbefunde. Und jetzt muss ich Behandlungsvorschläge machen, ein weiteres Vorgehen. Jetzt kommen nämlich genau diese Neuerungen in dieser Prüfungsordnung zum Tragen. Jetzt können die sagen, okay, was machen Sie? Dann würde ich sagen, okay, alles klar, ich würde meinen Patienten auffordern, eben baldmöglichst einen Arzt aufzusuchen und würde entsprechend einen Arztbrief verfassen. Ah, okay, alles klar, cool, was schreiben Sie da rein? Gehört mit zu eurem Aufgabenbereich in der Prüfung. Arztbrief schreiben oder kommentieren, interpretieren können. Ja, sehr geehrter Herr Kollege, hiermit überweise ich Ihnen meinen Patienten Hubersepp. Der Patient stellte sich bei mir vor mit Beschwerden eben über Kurzatmigkeit und Leistungssnick, da, 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 da. Daraufhin wurde Puls und Blutdruck gemessen. Werte wie folgt, aufschreiben, aufgrund der Konstitution des Patienten, leicht übergewichtig, sportlich, eigentlich oder nicht sehr sportlich, sehr aktiv. Vielmehr eben explizit der sehr niedrige diastolische Wert und doch der erhöhte Puls auf. Daraufhin wurde eine Herzauskultation durchgeführt. Die führte zu dem Ergebnis eines Diastolikums über dem zweiten ICR-Parasternal rechts, was eine Aortenklappen Insuffizienz zu vermuten lässt. Weitere Abklärung eines Lungenödems durch perkutorische Untersuchungen oder durch eine Perkursion konnte leider nicht festgestellt, oder konnte nicht leider, um Gottes willen, konnte nicht festgestellt werden. Zur weiteren Abklärung und Überprüfung überweise ich Ihnen hiermit diesen Patienten mit freundlichen Grüßen hochachtungsvoll, Heilpraktiker Uli Lindner. So, und dann habe ich einen vernünftigen Arztbrief geschrieben, weil ich ja auch vernünftig untersucht habe. Stell dich das nochmal mit dieser Fragekiste vor, was wollt ihr denn anschreiben? Der Patient stellte sich vor, ich habe ihn dann gefragt, hat er Kinder, ist er verheiratet, geschieden? Ja, nein, wieso, wieso? Es ist halt. Und deswegen schicke ich ihn jetzt zu Ihnen, weil ich glaube, der ist krank. Da kommt nicht viel rum bei. Ich übertreibe wieder, wie gesagt. Okay, so, dann geht es noch ums weitere Vorgehen, mögliche Behandlungsvorschläge. Das heißt, jetzt würde ich dem dann sagen, okay, pass mal auf, du hast eine Aortenklappeninsuffizienz. Dadurch haben wir das Problem, dass es eben an dieser Klappe zu Verwirbelungen kommt und eben zu Strömungsproblematiken, was diesen Wirschaftrias entspricht und somit die Trombengefahr, Emboliegefahr sehr massiv erhöht ist. Aus diesem Grund würde ich ihm zum Beispiel ein Aspirin verordnen, also ein Thrombozytenaggregationshemmer, um diese Gefahr dieser Trombenbildung am Herzen zu reduzieren und würde nochmal auf die Massivität hinweisen und sagen, Junge, Sie sollten echt zügig zum Arzt gehen. Das ist kein Spaß. Wenn aber das heute oder morgen oder übermorgen nicht möglich ist, bitte ich Sie, jeden Tag ein Aspirin einzuwerfen. Daran wird er nicht sterben. Das ist ein verschreibungsfreies Medikament. Das kann er kaufen. Vielleicht habe ich sogar einen Star, dann würde ich es ihm gleich geben. Aber ich habe dadurch die massive Gefahr der Embolien gesenkt, indem ich ihm diesen Thrombozytenaggregationshemmer gegeben habe. Und wenn am Ende festgestellt wird beim Schulmediziner, dass ich übertrieben habe und dass das alles gar nicht stimmt, dann ist ihm wie viel Schaden durch diese drei Aspirin entstanden? Keiner. Und somit habe ich hier adäquat gehandelt. Also das ist die normale Vorgehensweise bei so einem Anamnese-Rätsel. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen einen Einblick bekommen und verstanden, was ich damit sagen möchte. Ihr müsst also quasi ein logisches Vorgehen an den Tag legen. Es geht nicht darum, irgendwelche Schematas abzuarbeiten. Was bringt es mir bei einem Fußproblem, die Lunge zu perkutieren oder eine Harzausgutung? Kann man ja mal machen, das ist ja nicht falsch. Aber dann muss ich mich doch auf die Sache am Fuß konzentrieren gucken. Okay, was habe ich da für ein Problem? Ich gehe doch auch nicht, wenn ich heimkomme und mache das Licht im Flur an und es geht nicht, dann gehe ich doch auch nicht in den Keller und tausche da die Glühbirne aus. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Und das ist leider das Problem, das ich immer wieder feststellen muss bei diesen Prüfungsvorbereitungskursen, dass die Schüler aber genau auf diese Art getrimmt werden. Und das ist in meinen Augen leider total falsch. Wie gesagt, das ist meine Interpretation, das ist meine Meinung, die muss niemand teilen. Aber ich bitte euch, macht jetzt das Video zu, macht den Claptop zu, lehnt euch mal zurück, lasst euch das nochmal durch den Kopf gehen und überlegt euch, welche dieser zwei Varianten, Vorgehensweisen für euch nachvollziehbarer und logischer waren. Okay, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Ich bin mal auf die Kommentare gespannt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, seid ehrlich, schreibt mir aber gerne was dazu, wenn ihr was habt. Ansonsten hoffe ich, hat es euch Spaß gemacht und wir sehen uns dann entweder wieder nächsten Sonntag. Ich weiß es noch nicht, es ist sehr lang. Ich glaube, ich werde es auch zweimal machen müssen, das geht nicht anders. Aber ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Alles klar. Also, ciao.